Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe mir diesmal das Comfort Topstrap für die Pimax Crystal vorgenommen. Ich hatte es bereits schon mal angekündigt, dass ich das gerne mal ausprobieren wollte. Ich habe mir das bestellt im Shop, als es gerade verfügbar war. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt immer noch da ist oder wieder da ist. Ich hoffe jedenfalls. Und was soll ich sagen? Es war gar nicht so trivial, dieses Ding hier dran zu basteln. Es war tatsächlich etwas Bastelarbeit für mich gefordert. Ich wollte es eigentlich mal eben so schnell, schnell machen. Aber meistens funktioniert das bei solchen Sachen nicht. Das hat sich hier auch wieder bewahrheitet. Und deswegen habe ich auch so ein paar Fehler gemacht, habe mal hier was in der falschen Reihenfolge dran gemacht, musste es wieder abmachen. Dann habe ich gemerkt, jetzt hast du darauf nicht geachtet. Dann musste ich es wieder abmachen. Also mal aus eben vielleicht eine Viertelstunde, die man sonst brauchen würde, habe ich dann auch mal eben eine Stunde gemacht, obwohl ich es mal eben ganz kurz machen wollte. Ja, aber so sieht das Teil aus. Das ist sehr schön, das passt vom Design her perfekt zur Pimax Crystal finde ich. Von der Mechanik her kennt man das ja schon. Das Klacken, das Vertraute. Ja und so kommt es dann auf den Kopf und man kann es wirklich schön fein für sich einstellen. Und das Ding in der Höhe dadurch justieren. Und ich muss sagen, dass das auf dem Kopf sehr bequem sitzt. Hier oben drückt nicht. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Ja, ich zeige euch, wie ich es gemacht habe und ich zeige euch auch den Fehler, den ich gemacht habe, den ich mehrmals gemacht habe. Also, schaut euch das Video an, wenn ihr wissen möchtet, wie man das Teil anbringt. Und ihr kriegt es bestimmt schneller dann hin. Also, viel Spaß beim Zuschauen. Und mein Name ist Stefan. Ich bin von der VR Experience Dormagen. Und hier geht es immer um VR Hardware und VR Gaming. Heute eben um die Hardware. Ja, das ist das Zubehör, was uns von Pimax mitgeliefert wird. Erstmal das Topstrap natürlich. Und dazu noch ein kleiner Schraubendreher, der nicht viel taugt und Schrauben in diversen Größen. Man braucht die schwarzen kleinen Schräubchen und die schwarzen langen Schräubchen. Das schon mal vorab. Wir nehmen uns also die Pimax Crystal oder die Pimax Crystal Light zur Hand zur Hand. Und so wird das Teil ungefähr aufgesetzt, wenn es später fertig ist. Aber erstmal müssen wir natürlich alle Teile abmontieren, die uns im Weg sind. Und da wären einmal die Schaumstoffpolster an den Kopfhörern auf beiden Seiten. Und darunter legen wir dann die Löcher für die Schrauben auch frei, mit denen zum einen die Kopfhörer befestigt sind und zum anderen auch noch zusätzlich das Topstrap befestigt wird. Also das Topstrap wird mit insgesamt drei Schrauben auf beiden Seiten fixiert. Eine Schraube fungiert gleichzeitig als Schraube für den Kopfhörer. Ja, ich tausche aus, der olle Schraubendreher weg und ordentlicher Schraubendreher her. Und so wird nun weiter abgenommen, was im Wege steht. Zunächst die Kopfhörer. Man braucht natürlich auch den passenden Bit dafür und weg damit mit den Kopfhörern. Das ist jetzt nicht so spannend, deswegen mal im Schnelldurchlauf und dann haben wir es auch schon ganz schnell hinter uns. Ich habe alles auseinander genommen. Die Kopfhörer lege ich beiseite. Brauche ich nicht. Sind übrigens mit links und rechts markiert, sodass man sie auf jeden Fall wieder richtig anbringen kann. Den Topstrap habe ich auch demontiert. Das ist wichtig, denn der alte Topstrap wird dazwischen angeklemmt. Jetzt mache ich direkt den ersten eklatanten Fehler, weil ich nicht aufgepasst habe. Ich packe nämlich den neuen Komfort Topstrap zwischen die beiden alten Topstrap-Gummis. Und das ist völlig falsch. Ich korrigiere das direkt, habe aber schon eine Seite festgemacht, damit ich nicht den ganzen Kram wieder neu machen muss. Ich habe es natürlich mehrmals neu gemacht, aber für den Film etwas abgekürzt. Ja, so ist es richtig. Beide vorherigen Topstraps kommen unter den neuen Topstrap. Und dann geht die Schrauberei wieder los. Und denkt daran, die beiden kleinen Schrauben kommen in die parallelen Löcher, die an der Seite vorgesehen sind. Und die lange Schraube, mit der wird Kopfhörer und Topstrap zusammen befestigt. Der wird da einfach durchgestochen und der ist eben lang genug, damit der Kopfhörer mitgehalten werden kann. Das ist wirklich eine fummelige Arbeit. Und diese Schrauben sind einfach sehr klein und wollen manchmal nicht direkt in das Loch hinein. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt ist fast schon alles geschafft. Jetzt fehlen nur noch die Schaumgummipolster auf der Innenseite, auf der Höhe der Kopfhörer. Die haben so kleine Aussparungen und die passen genau über die Wölbung an beiden Seiten, die da zu finden ist. Ihr werdet sehen, was ich meine. Und die werden mit den kleinen, zu kleinen Klettpunkten werden die gehalten. Das ist ein bisschen, ein bisschen wackelig. Also wackeliger als vorher. Vorher sitzen die sehr fest. Nach unserer Maßnahme sind die so ein bisschen labberig dran. Aber es stört nicht beim Tragen. Es ist absolut nicht beeinträchtigend. Ja, das war das Topstrap für die Pimax Crystal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und vielleicht wird dem einen oder anderen die Kaufentscheidung dadurch leichter gefallen. Ich habe ja schon mal ein anderes Topstrap vorgestellt hier auf dem Kanal. Und da könnt ihr ja selber vergleichen, was euch am ehesten zusagt. Ich finde das hier wirklich schön, dass man das eben so fein justieren kann. Und auch mal während des Spielens. Und das ist sehr angenehm. Ist natürlich auch abwaschbar, weil es eben hier aus einem Kunststoffmaterial ist. So eine Art Gummi, was da oben drauf ist. Ein härteres. Und das gefällt mir sehr gut. Allerdings ist der Zeitaufwand, das anzubringen, nicht ganz so ohne. Und tatsächlich ist hier an der Seite dieses Polster mit Klett befestigt, wie ihr in dem Video gesehen habt. Was da vor den Kopfhörern dran ist. Und das ist nachher nicht mehr so schön dran wie vorher. Das liegt ja vorher ganz plan auf. Und nachher hat man eben so einen kleinen Huckel. Man merkt es beim Tragen nicht. Aber man hat so das Gefühl, das könnte auch wieder abgehen. Also vielleicht müsste man da selber mit Klett noch ein bisschen verstärken, wenn man das wieder so richtig fest fixieren möchte. Also es ist etwas mehr Aufwand erforderlich als bei anderen Topstraps, die man von anderen Herstellern bekommt, die man ohne Schraubarbeit anbringen kann. Ja, aber sonst gefällt mir das sehr gut. Und entscheiden müsst ihr natürlich selber. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Abonnement oder einen Kommentar oder wie auch immer. Oder einen Daumen nach oben. Ihr könnt da machen, was ihr wollt. Und dann würden wir uns beim nächsten Video natürlich wiedersehen. Also macht's gut. Lasst es euch gut gehen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.